heute herzen kommen auf den gast damit und heute schwimmen wer wie ihr sehen könnt eine runde roblox beziehungsweise den kriminal tag und beziehungsweise auch ist wir bauen uns hier natürlich eine kriminelle kriminelle base allerdings zählt ist irgendwie trotzdem als linksbums so die sollen hier anscheinend irgendwas kaufen soll dann sollen wir hier einmal das hier machen so oha einfach druckmaschine geil so finde ich damit wir sind level 1 wie man hier sehen kann und haben 20 wir können also hier anscheinend erst eine garage machen wir das doch mal und dann was können wir dann kommen nicht die auch es gibt anscheinend nur eine gut dann können wir garagen also wege kaufen aber ich würde das erst mal nicht meine garagen dort doch gar nicht so schlecht aus gut dann kaufen und sie auch noch mal kurz kreis oder wie auch mal dieses teil heißt so bitte geben sie mir geld übrigens mein account wurde gehackt also irgendwie wird bei mir gerade irgendwie alles gehackt allerdings habe ich das erst geregelt habe jetzt auch 2s aktiviert das hatte ich nämlich die ganze zeit tatsächlich nicht da ist mir mal eingefallen vielleicht sollte man das mal aktivieren dann wird sowas nicht passiert aber jetzt gemacht ich habe level ab geil warum hängt diese kacke hier so so gar schon wände natürlich warum wir die wände die gas station ist also muss man hier wahrscheinlich echt einfach klauen das ist doch geil irgendwie leckt dieses spiel manchmal so kann ich jetzt aktuell nichts für ich will hier erst mal alles kaufen anwenden würde ich mal sagen oder komm her ich brauche das geld danke leute ich brauche das geld ok 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 wir haben jetzt 80 110 mal nicht können wir nämlich die weitere wand kaufen wo eine laser doch garagen wohl übrigens ist kommen jetzt wahrscheinlich zwei tage lang nur oblox videos als praktisch heute und morgen da ich aktuell 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 warum sag ich denn zweimal aktuell weil ich gerade tatsächlich nicht so besonders viel zeit habe also ich werde nicht sagen cash printer hier kann man sich glaube ich jetzt 2 0 in den holi mehr auch weil ich brauche doch schon etwas lange was kann man hier mit den level abs machen das dann habe ich hier autos kann man sich keine autos wo der gespawnt ach wir sind hier sogar in so einem schutzbäude irgendwie so ok 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 da kann man irgendwie und mein werfen und sowas wir kaufen uns jetzt erst mal ein zweiter cash printer so wir kaufen uns jetzt erst mal kommen wir die cash printer durch damit wir einfach mehr kohle kassieren weil ich keinen bock habe so lange brauchen das machen wir hier mal weg so einstellungen brauchen das hier name create a crew aha kann man sind so eine dinge bauen das der shop das ist eben im pack und was kann man hier machen feedback ok gut 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 zu wissen hier so kommen zehn bräume noch jetzt haben wir sogar schon so viel jetzt kaufen uns gerne mal ein für 400 und dann haben wir auf jeden fall genug kohle so sagt sagt ja wir verdienen auf jeden fall jetzt schon schneller das gute ist ja wenn man mich umso schneller man einfach das cash also die dinge kauf umso schneller kriegt man halt geld und kann man hier die anderen dinge alle kaufen weswegen ich das mache so guckt ihr seht hier ich kriege die ganze zeit jetzt nur zehn und jetzt kommen wieder ernsthaft jetzt egal auf jeden fall kriegt man dann das geld so gibt mir bitte das geld weil ich habe mich gerade ausgesehen ich habe ausgesehen irgendwas anderes gekauft so komm mal hin danke nein jetzt kaufe ich hier nix weiter so 400 danke so dann kaufen uns hier erst mal direkt die laser drauf wir kaufen uns erst mal hier alles drin also das hier das hier gibt es noch ein für 800 ok nevermind wir warten einmal hier drauf ja auf jeden fall wurde mein instagram account gehackt habe jetzt auch 2fa aktiviert ja genau das ist eigentlich das was ich sagen wollte genau so herzler wir haben gerade 400 400 die travel kommen oder mir die 800 danke hier gibt es wieder an cash mit dafür 2000 hoha ich glaube man muss sie echt alles so ein bisschen kaufen deswegen kaufe ich das mal hier kurz mit denen mit der laser dor hier damit die hier nicht reinkommen können und die die crates kaufe ich auch einmal kurz und ja er kann ja gar nicht kaufen so machen wir mal eben hier auf 2000 wir sehen uns wenn ich die 2000 habe so da bin ich doch wieder mit 6000 bisschen mehr als ich gesagt habe aber macht ja nichts denn ihr seht schon hier gibt es wieder ein für vierter so gut dann haben wir hier doch garagen window dann das hier dann haben wir noch leid und dann müsste ich alles hier in diesem geld links bums haben so gehen wir mal kurz hin und kaufen einmal die lichter so perfekt dann können wir doch mal hier weiter bauen indem wir hier erst mal eine wall bauen so dann würde ich sagen ja doch brauchen wir hier erst mal die 800 kauf erstmal die ane das ist ja nun waffen spannend weil vor sie ich kaufe hier nicht die ganze zeit wochen oder no 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 so haben wir nach das lockers genau die wollen wollte ich kaufen was ist das wohl zentrum für 650 kriege ich die kaufe mir die doch mal einmal so 650 level ab nee wir kaufen jetzt erst mal alles hier drin tatsächlich macht ja gar keinen sinn die ganze zeit neue sachen zu kaufen ja nicht mal ansatzweise irgendwas hier habe so wie teuer war das die monat so ok 550 und dann kaufen erstmal kurz den anderen kram hier so laser tor genau wird 11 1250 so sollten wir eigentlich relativ schnell hinkriegen eigentlich kommt erstmal werbung auf mein handy perfekt so ja ich habe auch mein handy nebenbei so dafür habe ich jetzt so viel geld ausgegeben für nichts ok laser tor und hier auch eine laser tor ja gut wir kaufen auf jeden fall beide laser tor einmal türen meine ich nicht dorn 1 250 geben sie mir das geld geben sie mir das geld ich brauche dieses geld ja danke schön hier aus und herum tatsächlich was absorbaten kaum die andere damit die nicht rein so schnell kommen können an bahn 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 und bahn bahn oh yeah man da kommt jedes mal so ein kack behindertes sound von meinem so was ist dieses geräusch junge Dieses Geräusch ist tatsächlich schon die ganze Zeit hier. Aber ich weiß nicht, wie man dieses Geräusch abschaltet. Ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie Polizei oder sowas. Auf jeden Fall geht das ein auf dem Sorg. Muss ich wirklich mal so sagen. Das geht wirklich ein auf dem Sorghetti. Sorghetti? Auf dem Sack mal nicht. Äh. 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 Äh, ne. Wir kaufen uns hier erstmal diesen Windows-Dings da. 4.000, äh, 1.000 Dafilme. Wer bitteschön gibt so viel Kohle für diesen Müll aus. Na gut. Äh, nee. Das war tatsächlich nicht geplant. Äh. Bambadabambambadabambamb DDDD DDDD Ja, ja, ja. Bambadabamb DDDD So. Ja, ich muss hier mal kurz was machen, ja. In der Zeit, wenn wir da warten, ist es tatsächlich ein bisschen wichtiger gerade, das hier zu maken. Er liegt nämlich, äh, ist nämlich gerade hier was bei Insta-Minsta. So. Nein. Zack. Und jetzt. Zack, Bruder. Batz. Okay. Teilen. So. Und K. Okay. Gut, wir können weiter machen. Guck mal, jetzt haben wir sogar schon ganz viel Geld ausgedingt. Dann kaufen wir nochmal kurz die Spares. Und dann immer diese R-Dact da. Ich will nämlich erstmal hier alles bauen und dann weiter und nicht mal andersherum. Weil das ist doch sonst Mist. 2000. Genau. Ähm. Loa 1400. Sollte machbar sein. Kriege ich denn zwei Nachrichten, dass das hochgeladen wurde? Gebe mir das Geld. Danke. Ah, ne, ich wollte ja erst oben machen, ne? Seht doch da schon die ganzen Preise. Brauche ich doch gar nicht mal hochgehen, jemals. Ja, moin. Wir fängt direkt erstmal mit 2000 an. Gibt es hier irgendwas mit Geld? Nö. Weil wir könnten, können wir nicht, weil wir haben kein Geld dafür, aber ihr könnt das hier kaufen. Gut. Waren wir einfach mal auf 2150, würde ich mal sagen. Okay, da haben wir das sogar. So. Ja, Leute. Ich würde sagen, wie wir das weitermachen, seht ihr in einem neuen Video. Wenn es euch gefallen hat, was gerne liken, habt da. Dann kommt auf jeden Fall auch noch ein zweiter Part von diesem Video. Ja. Äh, von diesem Spiel, meine ich. Ähm, ja. Ähm, kommentiert gerne dieses Video. Ähm, für den Algorithmus. Würde mich sehr freuen und supporten. Ja. Abonniert den Kanal. Würde mich auch freuen. Ähm. Aktiviert die Glocke. Damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt jetzt einen Traum auf den Tag. Haut rein heute, euer Sandro. Ciao, ciao. Euer Sandro.